ohne jetzt hier so eine terrasse die hocken da unten jetzt natürlich naja halb im unterhalb draußen die kriegen noch ein lüftchen ab hier aber sie sie sind halt vor regenschütz ist gar nicht so schlecht ja lass mal so krieg ich hier zwanzig sitzplätze hin zwanzig sitzplätze das geht auf jeden fall nicht in der tisch muss wird jetzt nicht schöne ich muss da 4 8 12 16 20 und es geht sogar wir können das bisschen hübscher hinstellen okay so gar nicht so viel m so 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 sitzplätze das ist das nicht mit den drachen war jetzt kenne ich nicht jetzt die entwickler haben gerade einen rechtsstreit wegen die nicht offiziell so so okay oha das ist mit den drachen miss of empire ist das gut ist so pvp ne drache gegen drach oder so ne habe ich auch überlegt ob ich spielen soll aber ich weiß nicht ich war noch nicht so war nicht so überzeugt von ach das da ach nee das ist das andere stimmt und drachen hat das an das drachen den dingen sind was andere ist auch neu raus er stimmt mich auch immer habe ich gesehen habe das ist das eine jaja und extra und und stimmt stimmt die brauchen jetzt hier noch nicht aber von kronix war ich nie so der fan ist das ja da hast du wie dem recht wird wahrscheinlich nur offizielle server ne und dann werden wir wahrscheinlich dann ist das wahrscheinlich sowieso schon den ganzen platz verbaut und so der selbe probleme mit art gewesen hätte ich das jetzt drehen so wo noch licht und setzen die sich da nicht hin ich mache lieber mal wir machen lieber mal herzen an die wand oder so und dann kann ich da unten eigentlich noch was hinstellen oder theoretisch weiß nicht so also ein bisschen netter aussehen kann es ja schon ne ja das könnte man noch mal hin so so warte mal noch in die ritter rüstung ne die muss halt immer dahin so und dann vielleicht noch so ein paar panna panna meine ich und dann Äh, das Event meine ich. Meine Gefäße in der Bar sind leer. Oha. Lass mich dort kurz, äh, legen. So. Oha. Das wird gar nicht genutzt. Oha, sieht eigentlich ganz hübsch aus, ne? Wenn jetzt mal ein Screenshot-Programm gehen würde, aber nee, geht nicht. Auch ein Screenshot. So, sieben Leute waren da. Und einer war, der er hat bestellt, ist wie es die kommen. Oha. Aktuell nur Off-Server. Online. Offiziell Off-Server. Habt ihr extra in den Server gemeldet? Oha. Mach das Griebe, der Druck, dass du sagst. Ja, aber da kommt jetzt mal dieses blöde Geräusch. Wie, wie. Achso, nee, Drucktaste. Ja, dann hab ich's in Zwischensprecher. Ja, aber ich mach immer nur das Aktuelle, ne? Dann muss ich das mal. Umkopieren und so. Mit F11 kommt das blöde Geräusch. Ich hatte das Nvidia-Screen nicht. Das geht nicht. Jetzt hat sich irgendwie aufgehängt. Ist kaputt. Na. Ich zeig mir die Galerie. Nee, ist kaputt. Ich weiß gar nicht, ob ich das abstellen kann. Ich mach das mal. Ich hab's mich nicht gefunden. Ich hab schon so viele schöne Screenshots gemacht. Oh, Screenshots, ne? Für die YouTube. Oh, die Nina zu zweit. Kennen die sich? Ich glaube schon. Richtig, dass Brüder. Ich weiß es nicht. Ach. Komm, ich mach jetzt kurz, ne? Ich mach einfach kurz und das ging schon. Nee. Ich kann gar nicht ganz gut, dass es auch ging. Na, jetzt war das deinem Weg. Scheiße. Egal. So, meine Herrschaften. Ähm, wie sieht mir das mit Forschung aus? Wir müssen noch 11 Goldkunden haben. Dann können wir das eventieren. Ich kann auch jetzt schon das Event machen. Wir planen das schon mal. Dann kommen danach nochmal die restlichen Königchen. So, wir können das Piratentreffen machen. Ja. Wir werden den ganzen Tag nochmal auf. Den Elite-Koch. Ich hoffe, ich kann den dann umschichten, wenn ich nur zweite Küche habe. Wo war ich dann? Ja, hoffe ich, ne? So. Hier sind wir am Ende, ne? Hast du alles hier gequestet? Okay. Mach nochmal. Dieses Bild. Schrecklich. Ich weiß gar nicht, ob man das im Stream hört, aber müsste man, ne? Wenn ich das höre, dann hört ihr das auch. Okay. Piraten. Piraten sind da. Da muss ich aber das Griechschuss machen. Scheiße. Da sind auch welche von der Royal Navy dabei. Das ist doch kein Pirat hier. Team aufmachen. Okay. Ich muss kurz ein Braum machen. Team aufmachen. Links oben auf der Einstellung. Team. Wo bin ich jetzt im Spiel? Ich bin auch wo in die Spiele hingerutscht. Tut mir leid. Ich muss mal hin. Hab ich hier mal aufs Team? Links oben Einstellung. Ja. Danach im Spiel. Siehst du recht? Siehst du recht? Screenshots. Ah. Found off. Nein. Ah. Perfekt. Nice. Dankeschön. Okay. Jetzt mache ich Screenshots. War das jetzt etwa zwölf? Ja, ne? Okay. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Nochmal. Sound abspielen. Hab ich nachher rausgenommen. Screenshots. Ich bin schon. Äpfel. Beim Aufnehmen eines Screenshots. Ich hab Benachrichtigung anzeigen. In Hagen. Ich nehm den auch mal raus. Das Soundtagsspiel hab ich auch rausgenommen. Okay. Nicht wahrscheinlich nur mit dem Neustart oder so. Das wär's jetzt, ne? Warte. Mhm. So. Warte. Piraten denn da? Oh, ich brauch nette Piraten. So. So. Tja. Ich glaub, das geht nur mit dem Neustart. Dass das dann übernommen wird oder so. Ja, das war's wohl mit dem Screenshots. Keine Screenshots mehr heute. Naja, egal. Klappt schon irgendwie. Das geht jetzt auf jeden Fall. Ja, hab ich auch gesehen. So theoretisch geht das so. So. Was haben wir denn hier für Quests organisieren? Ah, das haben wir. Ja, schön. Geld verdienen. Veränder in die beliebige Forschung. Die Hotelzimmer. Ja. Da fehlen noch zwei Kronen. Hör mal. Sind die schon gegangen? Kann ja gar nicht sein. Aber rein Technik. Alle müssten besetzt sein, ne? Ja, überall Licht und so. Ja, die können sich überall hinsetzen. Hab ich denn jetzt? 120. Ja, komm schon. Okay, machen wir mal schneller hier. Vielleicht seht die schon rüber. Wir können hier was aufwerten. In der Blau. Aha. Ja, die Köschi, die stehen noch ein bisschen. Don't form, ne? Die holen das einfach aus der Kiste raus. Die müssen das gar nicht beraten hier. Weißt du? Das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Das war schön mit euch. Ihr war richtiges Piratespektakel. 118 sind nur gekommen, was immer. Die zwei anderen haben sich plötzlich krankgeschrieben lassen. wahrscheinlich und lesen buch die neustadt soll helfen wenn das nicht gut im end wenn auch wenn ich mal die richtung ist so ja denke mal dass ich beim nächsten mal das dann machen kann so forschung ist abgeschlossen 13 leute wollen wir noch die bände schon erst mal so vorbeikommen wenn man das normalen tag noch mal ich weiß noch gar nicht mehr also also ich werde dieses spiel jeden fall ja ich werde noch mal spielen die neue etage welche noch freischalten und dann noch hotel mitzumachen vielleicht dann auch 160 gäste zu kommen und jetzt eine event da noch machen zu können küche könnte ich oben noch brauchen aber die reiche bisher noch hier und dann ist das spiel ist technisch habe ich auch fast alles dann diese events habe ich dann gar nicht gemacht so ich die noch machen ich könnte eigentlich mal den mördens einladen einfach damit was gesehen hat und die prinzen aber ich noch kokosnüsse und die königin und das könig und königin fest mal da kommt noch ein möhlen ich denke ich werde die alle mal einladen einfach dass die meine terverde waren ja und dann war es in hohen besuch machen wenn man normalen tag noch dann habe ich das spiel eigentlich durchgespielt wir haben jetzt hier immer noch leute zum leben aber ich möchte warten wenig ist wir einen ganzen tag lang nur hauptgerichte sagt er mir jetzt nicht einig ist so wir brauchen noch kokosnüsse sagt mir das spiel habt aber 200 sind aber ganz schön hier 95 schaffte schon dann machen wir hier noch mal ne warte mal 120 waren war das die hat es um als 20 jahr hat braucht man da die schenkel ok dann holen wir auch noch mal schenkel haben wir gerade diese kann man auch noch mal holen so oder war es woher ist eigentlich die pilze ein kastrippen aha so geld verdienen das läuft ob gerichte hotel das forschung ja gut die forschung war ich noch nicht dass wir die forschung heute noch schaffen sind nur drei goldkunden heute gekommen was ist da los warum ich muss jetzt gleich einstellen okay ich glaube ich die 20 plätze mehr ich brauche noch eine weitere bedienung dann müssen wir noch eine weitere bedienung einstellen wie nehmen wir denn da fünf trinke im grunde mehr wir haben zwei leute in leider keinen die acht getränke tragen kann hätte ich ja gerne wenn das war ich am nächsten tag das menü müssen wir noch stellen in hauptgerichte so hauptgerichte konzentriere ich mache hier und die kese ist jetzt klasse kiese mal weg weil wir haben jetzt 5 rechnet sich ja sowieso drauf dass sie nur das bestellen und dass ich hier die werte hoch hier jetzt die sterne meine mama noch mal einen tag da fehlen aber zwei abenteurer nun nicht fässer sind leer was kurz noch mal gucken bei den bedienungen hier acht getränke zwei sogar willi und die schwindigkeit trage nicht tragen ist höher hier tragend dann nehme ich die ina auch gut sein dass der wird jetzt langsam nicht mehr hinterher kommt nicht dass ich dann eine zweite theke wo würde ich da eigentlich die etage hoch machen muss ich hier umbauen ich muss ja noch eine treppe machen tja am besten dann hier weil da gehen die hoch und dann gehen die da hoch ich glaube hier mache ich dann die nächste treppe hin ich glaube hier mache ich dann die nächste treppe hin wo laufen die da draußen alle hin ich habe keine ahnung auf jeden fall in die burg ich weiß nicht was in der buch ist aber die ist auf jeden fall sehr beliebt so verärgerte kunden keinen sehr schön die bedienung hat es gerissen so wie viele leute waren denn da fünf da da müssten eigentlich ein paar mehr kommen die ist fertig nice das heißt wir haben auch hier die quest fertig ne ja dann kommt das letzte rezept ja und dann sind wir ja fast schon im ende 29 bündchen brauchen wir noch und das haben wir auch bald ja gut dann habe ich ja die forschung hier erfolgreich abgeschlossen ne dann würde ich als nächstes eben ja muss ich dann das machen geht ja nicht anders dann machen wir das schon mal dann können meine forscher schön forschen ein paar gold kunden können schon mal kommen die normalen kunden und dann mal gucken wie ich das hier mache ich müsste ein 120er event und 80er event eigentlich schon hier ausreichen ne soll ich das schon mal planen mache ich das 120er event schon da haben wir genug gleich das geht und dann machen wir hier das 80er event und dann hätten wir die forschung ich auch schon dauern gar nicht mehr so lange und dann nur noch das beide die beiden hier doch und dann lade ich die königlichen also den mörling noch ein den prinzen ne und das königspaar warum die alle nicht zusammen kommen wollen weiß ich nicht vielleicht haben sie streit in der familie ja machen wir einzelne um die sich nicht wäre gut dann war es das für heute nö speicher und dann bedanke ich mich fürs zuschauen bis urlaub achso stimmt irgendwas oder in der burg schön und ja das ist ja mal Bis zum nächsten Mal.